Der Nikolaus, der Nikolaus, du, der kommt auch zu dich nach Haus und zieht dir das Höschen aus. Äh, da hat die Regie mich einen falschen Text gegeben, so was Schmutziges wollte ich nicht sagen. Ich wollte ich nämlich nur sagen, ne schöne Nikolaus. Also Regie, da müssen wir drüber sprechen.